Shake it down! Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zedio und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, wie die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen haben, ist jetzt das Halloween Special verfügbar. Der kleine Unterschied zwischen einem Special und dem DLC ist einfach, dass bei einem DLC neue Inhalte hinzukommen und die bleiben dann wahrscheinlich meistens dauerhaft. Bei so einem Special verschwinden die wieder, deswegen ist es relativ wichtig, dass ihr das wisst, dass die ganzen Objekte oder Inhalte, die jetzt ins Spiel gekommen sind, nach dem Special wieder verschwinden werden. Ich denke mal, der Gegnermodus wird im Spiel bleiben, aber ich vermute, dass die anderen Sachen wie Gesichtsbemalung und Fahrzeuge sowie bei allen anderen Specials bei GTA 5 auch wieder verschwinden werden. Das wollte ich nur kurz als Nebeninformation geben, nicht, dass ihr euch sagt, so am 8. November wollt ihr euch vielleicht noch den Frankensteins oder den Löcher kaufen, dabei gibt es den gar nicht mehr. Deswegen ist es ganz wichtig, falls ihr eines dieser Fahrzeuge oder Objekte haben möchtet, dann würde ich euch empfehlen, das Ganze jetzt noch zu kaufen. Solange das Special aktiv ist. Das ganze Halloween-Special geht bis zum 7. November, also einen Tag bevor mein Gewinnspiel zu Ende geht. Falls ihr nicht wisst, um welches Gewinnspiel es sich handelt, ich hau auch da mal den Link zu dem Video unten in die Videobeschreibung rein. So, was ist denn jetzt Neues hinzugekommen? Ihr seht auf jeden Fall im Hintergrund schon den neuen Gegner-Modus, Lost vs. Damned. Das ist einfach Team Teufel gegen Team Engel, sage ich jetzt mal. Und alle 60 Sekunden ändert sich das Wetter. Wenn es hell ist, dann hat Team Engel gewisse Vorteile aufgrund vieler Waffen und Team Teufel läuft nur mit einer Nahkampfwaffe rum. Und sobald es dunkel wird, ändert sich das Ganze, dann hat nur Team Engel eine Nahkampfwaffe, eine Axt und Team Teufel hat dann die ganzen Waffen. Also, ganz kurz zur Erklärung zu dem Gegner-Modus. Ich finde den jetzt nicht so besonders. Klar, das Wetter ist extrem geil gemacht. Aber zum Spielen lohnt sich es auf jeden Fall. Es ist ein neuer Inhalt und ich denke mal, so die ersten ein, zwei Wochen kann es natürlich auch Spaß machen. Dann sind mehrere neue T-Shirts mit ins Spiel gekommen. Dazu müsst ihr euch bei dem einen oder anderen T-Shirt bis zum 7. mindestens einmal eingeloggt haben. Dann werdet ihr die T-Shirts gratis bekommen und schaut doch einfach mal in das Bekleidungsgeschäft rein. Da seht ihr dann die ganzen Special-T-Shirts, also Special-Tops, wie es heißt. Dann ist ein neues Motorrad mit ins Spiel gekommen und zwar die LCC Sanctus. Für zwei Millionen finde ich die ein bisschen übertrieben teuer. Also zwei Millionen für so ein Motorrad, das jetzt nicht wirklich schnell ist, finde ich ein bisschen übertrieben. Aber ich habe es mir jetzt trotzdem mal gekauft, um es anzuschauen. Es ist halt wirklich was Spezielles. Aber ich finde für zwei Millionen, das ist das Geld nicht wert. Aber meine persönliche Meinung, wenn euch das natürlich gefällt für zwei Millionen, dann könnt ihr es natürlich gerne kaufen. Wenn ihr das Motorrad dann gekauft habt, dann kriegt ihr zusätzlich noch ein Gratis-T-Shirt dazu. Also für zwei Millionen immerhin noch ein Gratis-T-Shirt. Muss man sich auf jeden Fall mal kaufen. Das Gratis-T-Shirt hat den Namen Cheerleader Massaker. Ich finde es, ja, ist okay. Dann sind dann wieder die alten Gegenstände hinzugekommen und zwar der Löwche und der Frankensteinsch. Für etwa eine halbe Million bis 600.000 kann man die zwei Fahrzeuge kaufen. Die werden wahrscheinlich auch wie die Sanctus nach dem Halloween-Special nicht mehr verfügbar sein. Zusätzlich sind dann auch wieder die ganzen Halloween-Masken mit ins Spiel gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt das ganze Jahr verfügbar waren, auch nach dem Halloween-Special. Weil ich habe mir die damals gekauft und ich hatte sie eigentlich jederzeit wieder zur Verfügung. Deswegen kann ich euch nicht sagen, ob die auch wieder verschwinden werden. Aber was ich weiß, dass die Gesichtsbemalungen wieder dazu gekommen sind. Da kann man sich jetzt auf jeden Fall schön eindecken. Die findet ihr natürlich im Friseurladen. Und das war es eigentlich schon mit dem ganzen Halloween-Special. Also viel ist nicht dazu gekommen. Das meiste ist alles eh schon von letztem Jahr nur wieder reingekommen, außer die Sanctus. So besonders finde ich das ganze Special nicht. Aber immerhin trotzdem eine coole Sache von Rockstars, dass die trotzdem an uns denken und an Halloween irgendwas Neues rausbringen. So, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.